Bei meiner Wiederkehr nach Holland, nach vielen Jahren, sehe ich wohl, dass dieses Land die Wunden des Krieges trägt und schwer gelitten hat. Aber es ist ein kerngesundes Land von starken Regenerationskräften. Ich glaube nicht nur, dass sich materiell, vielleicht schneller als manche andere Nationen von dem Überstandenen erholen, sondern auch bei der politisch-moralischen Rekonstruktion Europas eine wichtige Rolle spielen und den anderen Völkern ein Beispiel geben wird in der Verwirklichung des sozialen Humanismus, der den Besten unserer Zeit als Ideal und Rettung vorschwebt.